Hi, mein Name ist Philipp Zapschramm und ich freue mich sehr, euch heute unseren neuen Wissenschaftspodcast As I See It vorstellen zu dürfen. In dem Podcast stellen wir euch spannende Forschungsthemen hier vom Saarland Informatics Campus vor und zwar in Interviews mit den Forscherinnen und Forschern selbst. Das heißt, ihr erfahrt alles über die Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier am Campus und zwar direkt aus erster Hand und brandaktuell. Wenn euch das neugierig macht, dann folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und schaltet ein. Wir freuen uns auf euch. As I See It, der Wissenschaftspodcast des Saarland Informatics Campus.